Heidi Klum zu alt? Tom Kaulitz überrascht mit krassem Statement. Los Angeles, was war zu Beginn der Beziehung von Heidi Klum, 45, und Tom Kaulitz, 29, nicht geungt worden? Der Altersunterschied von 16 Jahren ist viel zu groß. Das hält er nicht lange. Bald hat sie einen neuen Toyboy. Und die Musik der beiden gefällt der Model-Mama auch. Denn Heidi ist Tokio-Hotelfahn. Dabei wäre für Tom auch das Gegenteil okay, ob sie unsere Musik gut findet, ist in dem Zusammenhang ziemlich ritze, sagte er als 17-Jähriger. Vielleicht ist genau diese entspannte Einstellung das Geheimnis seiner Beziehung zu Heidi. Freunde des Paares jedenfalls schwärmen, dass sie die beiden noch nie so glücklich erlebt hätten. Deshalb glauben nicht wenige, dass es nach der Hochzeit sogar noch Nachwuchs geben könnte. Zwar hat Heidi bereits vier Kinder aus zwei Beziehungen, doch mit Tom scheint sie sich alles vorstellen zu können, wie sie in einem Interview verriet. Auch für sie ist der Altersunterschied dabei kein Thema. Mein Freund ist viele Jahre jünger als ich und viele Leute merken das kritisch an und fragen danach, weiß die 45-Jährige. Beirren lässt sie sich davon nicht, für sie zählen andere Dinge. Man muss einfach ein glückliches Leben führen, ohne sich zu sehr darüber Gedanken machen zu müssen, was Menschen denken, sagt Heidi. Eine Strategie, die ihr sicher nicht nur in Liebesdingen hilft, sondern hilft.